Hallihallo, willkommen zurück zu Cult of the Lamb. Ja, zwei bis drei Tage, glaube ich, nicht mehr gespielt. Mal gucken, was hier abgeht. Ich war ja ein bisschen genervt, dass die hier nicht arbeiten. Was mir immer noch nicht in den Kopf geht. Warum nicht? Ist auch egal, wir sind ja jetzt kurz vor dem Schlauß. Jetzt wird ihm ein bisschen Azure da. Jetzt frage ich mich, ob ich gegen diesen letzten Baross... Jetzt gehen wir noch einmal schnell mal Midas glücklich machen. Mit 350 Holstückchen. Plup plup, plup plup. Abheben? Hä? Okay. Grunde ist mir, dass die Götter der Goldspitzen haben den Opfer abgelehnt. So, hier. Und nun? Ziehen dann Opfer in der Bewegung. Kommen in drei Tagen wieder. Aha. Dann Opfer mal nochmal einen. 20 brauche ich, dass ich... Dass ich zu dem letzten Boss kann, brauche ich 20 Anhänger. Aber eigentlich wollte ich ja die ganzen Fleece-Teile noch finden. Ah, okay. Dann kriege ich... Dann muss ich nochmal zwei Opfern. Mo hat etwas Kot gegessen. Oh. Scheiße, was habe ich gemacht? Habe ich das falsche Essen ausgegeben? Sieht so aus. Ich dachte, ihr seid so welche Kaviar-Probis hier. Soll ihr das? Ich brauche nochmal Geld. Gib mir nochmal Geld. Jetzt machen wir euch erst nochmal glücklich. Und holen wir noch ein blaues Herzchen. Für jede Predigt kriegt man ja, seid ihr nachhaltend. Ich hol mir ein blaues Herzchen bis zu. Ja, seid ihr am besten drauf, gibt's wieder Fire-Talki. Ja, seid ihr am besten drauf, gibt's wieder Fire-Talki. Was mich interessieren würde. Ob ich meine Dämonen mitnehmen könnte. Wow, ihr packt da wieder was rein? Ich glaube es nicht. Okay. Ach, die können wir nämlich da total verzichten, theoretisch. Komm er ja, komm er ja. Komm er ja. Komm er ja. Komm er ja. So weg mit dir. So, wenn ich dich jetzt zum Arbeiten schicke... Achso, wir haben Feiertag. Stimmt, da war ja was. Und ein halbes Geisterherz, die anfällige Anzahl von Herzen erhöht sich. Friedi Fack, den machen wir mit. So, ich hätte lieber den anderen nehmen sollen. Ich brauche, dass man Schaden auch macht. Das heißt, es funktioniert überhaupt nicht. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Plus neun. Oh Mann, was ist mit dir? Liegt denn da irgendwas rum, wo sind die? Ach, die Scheißhäuser sind voll Ich frage mich auch, warum hier keiner arbeitet Achso, bei Feiertag ist, haha, zum zehnten Mal So, zwei sind krank, ok, wo kam mit der zweite Kranke rum? Du arbeitest immer, ne? Bist ein braver Ah, hier geht's fett Und irgendwer meckert hier schon wieder rum, also ab ins Gefängnis Harry, hier ist du Oh So dolly, dann gucken wir mal, ob es klappen würde Ob meine Dämonen jetzt dabei sind oder nicht? Ja, sehr schön So doll So doll So doll So doll Und so doll und Und so doll So doll freezing Gefäß, ich entbinde dich von dem Dienst der roten Krone, bring sie zurück und nimm dir das Ende an, das dich erwartet. Mit diesem letzten Aufhören meines treuesten Anders werde ich dich befreit. Endlich werde ich frei sein. Komm näher, Gefäß, und lege dein Leben zu meinen Füßen. Ich weigere mich, meh, meh. Jener, der wartet, du hast mich so also betrogen, Lamm. Du hast dich von meiner Lehre abgewornt und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht. Die Krone gehört nach göttlichem Recht mir. Denkst du wirklich, du könntest dich dem Tod widersetzen? Baal, Meistergestatter ist mir. Ich werde diesen Weg, deinen Kostprofil zu uns geben. Dann komm hier, Baal, Baal. Erlaubst du doch nicht? Nein! Alles mit der Ruhe, oder? 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 Alles mit der Ruhe Wenn er das macht, dann könnt ihr dann immer knüppeln danach. Da wieder seine zwei Fälschchen So, AIM ist auch weg Du glaubst du hättest gewonnen, du glaubst du hättest in Sicherheit, vergiss nicht, du gehörst MIR Und danach, wie ich dich abgeschlachtet haben werde, wird dein Schmerz nicht enden Du kannst mir nicht hinkommen, nicht einmal im Tod Na dann komm du Ohpala Ohpala Komm, jetzt machst du dich nicht so ärgert von ihm, ne? So. Jetzt kommt er aber nochmal, glaub ich. Nein, der Gott, komm mal. Dachtest du, ich wäre besiegt? Dachtest du, es wäre alles, was am Wissen wie mich ausmacht? Du hast da etwa der Ansatz über einen Gott zu stehen? Jupp. Ich bin doch der Gott, der Schlemmlein. Oh je, jetzt kommt ein Russ, jetzt wird er böse. Du bist verdorben, Falsch. Seine Verderbnis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet. Oh nein, meine ganzen Anhänger. Okay, jetzt klopft er seine Augen da raus. Oh, ich lass mich da viel zu viel blödsinnig, was ich da mache. Ich bin doch wieder neu. Hahaha. Okay. Okay. Na, lauf ich wieder neu. Ah, lauf ich wieder neu. Okay. 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 Gah. das war aber immer noch nicht Knüppel auf dem Sack Du hast mich verdrängt falsches Idol Erbärmliches Gefäß Verdammtes Schlamm Jener der wartet Nun Was soll es werden Ein rachsüchtiger Gottheit Oder ein barmherziger Feigling Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand Du kannst deinen abschleunigen Taten die Länge auf mich schieben Ich will schonen Du bist schwach Ein erbärmliches Ding Na Einem warte Warte Anhänger wartet auf Indoktrination Ich bin lieber der Der freundliche Als Gefäß Wiedergeborenes Opfer Steige ein weiteres Mal empor Nimm wahre Gestalt an Nicht länger ein Diener Kein Okay Die Man kann es nicht mehr machen Viel Blödsinn Und an manchen Stellen auch gar nicht so leicht Ja Daher Ich guck mir jetzt noch schön den Abspann an Und jo Gucken wie es dann weitergeht Ich bin schon vorbei Okay da sind wir wieder hier Da bist du Jena der wartet Bitte verschone mich Du bist der Jena einfach ne Jena Wird nie alt werden Das ist gut Ja jetzt haben wir den Obermotzer auch Du darfst mich gleich mal anbeten Das ist sehr schön Was ist denn jetzt eigentlich hier mit meinen Ich habe bereits alles gegeben was ich besitze Das will ich dir auf mein Leben geben Bitte opfer dich Ja ja mach ich Mach ich Mach ich Mach ich Mach ich Wenn du das möchtest Mach ich Du bist nicht, ne? Jo. Erfrierst dich. Oh. Du bist nicht, ne? Du bist nicht, ne? Jo. Achso, ist noch nicht. So, alle happy, alle glücklich. Sammel die Belohnung von Fema ein. Wer ist denn Fema? Wo ist denn Fema? Da ist er. Da ist er. So, was haben wir denn noch für Quests? Ja. Medus Gear. Jo, ich kann jetzt nur noch Opfern gehen. Theoretisch. Da sind noch die zwei. Soll ich von drei Tagen zurückgehen? Ja. Sorry Sparkles. So, dann kriegen wir noch mal eins. Und dann auf dem Markt gleich nochmal ein. Ja, das hilft ja nichts. Das tut mir auch voll sorry. Okay. Prächtig, bravo, bravo. Leider ist dies das letzte Stück, das ich habe. Danke, dass du mir hilfst. Meine kleine Sammlung hier ist zu vergrößern. Du bist in der Tat sehr großzügig. Du bist in der Tat ein sehr großzügiges und gütiger Slum. Sehr schön. Dann haben wir das letzte Vlies auch noch. Dann haben wir das letzte Vlies auch noch. Das ist interessiert. Dann sind wir die altre. Dann sind wir die resten. Das ist die erste Mal. Dann sind wir die, die machen gehen und die sind eine neue Anwalt corpse. Ich brauche Geld. Es ist immer noch Feiertag, ja, selber schuld. Oh, wano, 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 wano. Ups, ne. I need money, money, money. Soderli. Was sei denn hier schon wieder vom Glauben abgefallen? Was soll denn das? Der Feiertag ist zu Ende. Kone! So, alle Fliesen freigeschaltet. Sehr schön. Trophäe, Umwandlung. Sehr schön. Dann machen wir das auch. So, und jetzt geht es wieder brav arbeiten. Sehr schön. Irgendwas war da letztes Mal nicht. War am Argen. Aber es klappt jetzt wieder und sie machen das was sie machen sollen. So, dann gehen wir jetzt nochmal durchgucken, wo wir noch was kaufen könnten. Auf jeden Fall bei mir da ist noch die zwei Tarotkarten. Auf jeden Fall. 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 Na kommst du? Ich wüsste auch nicht welcher Fisch das noch sein sollte Ich bin der Meinung, dass ich schon mal alle rausgezogen habe Aber irgendwie nicht Der Trophäe ploppt nicht auf Aber ich habe ab und zu mal das Talent dazu, dass ich Trophäen nicht kriege Zum Beispiel bei Thamesia stelle einen Trank das erste Mal her Naja Habe ich auch noch nicht gekriegt Ich weiß aber auch nicht wieso Vielleicht müssen wir alle Tränke herstellen Aber es steht da Es steht eigentlich da Zum ersten Mal Stelle zum ersten Mal ein Trank her Nee, es ist überhaupt nichts besonderes der Fischer So als es ist Nacht Keine Fische Toll Das ist doch Kacke Wo haben wir denn noch was zu kaufen Hier haben wir noch was zu kaufen Hier haben wir noch was zu kaufen Zwei Stück noch Oh ich glaube Sozo hat sich zu viele Pilze hineingeschmissen Ja Sozo ist tot Ich hätte nicht so viele Pilze bringen sollen Es tut mir sorry Habe ich da noch was zum Käufen? Aber wenn nicht sind die dann irgendwo im In Dungeons noch Verstecket Ja Erhalte eine Anhängerform Cool Also Kleintier fangen beim Schmuggler Dings gedöhnt Gab es eine Kleintierform Die habe ich nämlich auch noch nicht alle Das ist eine coole Sache Immer mal wieder was Und nochmal eine Ausverkauft Seestern Der Kackkopf Und Seestern Kackkopf Und Irgendwas Stieriges Hm Zählen die noch was Sieht nicht so aus Ja mit den Schnecken Die findet man im Düsterholz Jetzt habe ich die mal gefunden Und in jedem Ort Gibt es eine Schnecke Die da irgendwo rumsteht Da müsst ihr jeweils eine geben Dann kriegt ihr dann auch Glaub ich eine Anhängerform Oder irgendwas kriegt ihr da Da war ich Da war ich Da war ich Da war ich Da gibt es nichts zu kaufen Ratao ist tot Da war ich Da war ich Da war ich Da war ich Das ist kein Ich bin nur noch ein bisschen verraten. Ich bin nur noch ein bisschen verraten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gibt es da nicht. Ist hier noch irgendjemand was zum... Nö. Er hat alle gewusst. Er hat 1.000 Abschiedsbrief, glaubt er. Aber auch kein Tier zum Einfangen. Dann war es das jetzt erstmal mit Cult of the Lamp. Guck mal, hast du da noch einen drinnen, den wir noch nicht kennen? Aber Krauko kennen wir doch schon, ne? Du hast immer noch Angst vor mir, ich weiß. Da ich deine Frau aus Versehen geschlagen habe. Da. 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 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Stück. 4 Stück. 5 Stück. 4 Stück. 4 Stück. Was möchtest du denn? Oh vorzügliche Mahlzeit. Hä... Das Codegericht ganz da... Ich hab glaube ich gar nicht so ausügliche Maulzeit Die Biene komm her! Wo bist du hin? Ich will die Biene haben! Ich bin eine Biene! Jetzt wirst du dich! Kann man leider nicht! Na ja, was soll's! Wir müssen duschen wieder, ach du bist hier! Na ja, was soll's denn da? Eieieiei! So, das mach ich mal fertig und dann hau ich noch das Ritual rein und dann geb ich noch die Quest ab! So, das reicht jetzt erstmal! So, wir haben uns alle schon wieder gewachsen! Und dann kann ich ihn die vorzügliche Maulzeit kochen! Juh! Dann ist er auch wieder glücklich! Und 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 dann ist er auch wieder glücklich! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Oh! Immer noch nicht gut drauf hier. Ja, die Trophäe, stimmt, ja, Opfer ja so und so viele Anhänger. Können wir gleich einen wiederbeleben. Ja, Kackpratze. Was? Ah, das mit dem Schlafen, das finden sie nicht so toll, ja. So, jetzt ist es nochmal nackt, fuschle ich da nochmal rum. Wo ich da vielleicht noch was einsammeln kann, ob da irgendwas rumhuscht. Sieht nicht so aus, dann schnell weiter. Raus hier, raus hier. Vielleicht nachts in der Sporengruppe noch irgendwas zum Einfangen. Das sieht nicht so aus. Das ist ja gerade. Ich bin gleich der Tebama. Einzelne Tebama auch. Und da puschelt bei nachts auch nichts rum. Und da puschelt bei nachts. Ich habe es nicht so gut gemacht. Weil so der Seestern als Anhänger drin sein, ja? Das wäre doch nicht schlecht. Wenn ich wüsste welcher Fisch mir noch abgeht, ja? Na ja. Ja, während ich hier so weiterfische, sage ich Ihnen einfach mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielleicht hat es ja auch irgendwas geholfen. Ja, Daumen rauf oder runter wäre schön. Ein Kommentar für den Algo wäre auch nicht verkehrt. Und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und das war's von Kalt auf der Lamp. Ich werde mich jetzt hier noch totfischen, bis ich meine Trophäe kriege. Dann sage ich schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und... Charus hat nicht geklappt. Und Charus bis... Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Da, bis zum nächsten Mal.